Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Türchen. Dieses Mal die Nummer 20. Wegen dem letzten Kalender, also das Kalendertürchen, das ist hier. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich fast immer nur hier an diesem Kollegen hier irgendwas nicht richtig drin gewesen ist. Beziehungsweise die haben dort irgendwelche Fehler gemacht. Ich kann nicht mehr reden. Es ist... Na gut, okay, ich bin ja gerade von der Arbeit gekommen. Also dann... So quatschen muss ich eigentlich gar nicht. So, öffnen wir mal die Nummer 20. Leer anmachen. Nicht zu nah. So. Oh ja, wie gesagt, entweder es fällt raus oder es ist leer. Ja, was soll ich sagen, das gleiche wie schon mal. Oh Gott. Ja, sehr erfinderisch. Erfinderisch. Das war's. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis morgen.